Was sagen die Praktikanten auch immer bei mir im Moment? Ich hab grad was anderes zu tun. Die haben das zu tun, was ich denen sage. Irgendwas ist gerade bei mir ausgegangen. Solange es ho... Ist es mein Headset? Nein. Gut. Aber ist doch so, die haben das zu tun, was ich denen sage. Sag der Praktikant. Ich bin Jahrespraktikant, man. Das sind keine Jahrespraktikanten. Egal. Was zählt, sind die Jahrespraktikanten. Und stell dir mal vor... Du... Ich? Äh, ist egal. Gut. Besser so. Ey, irgendwas geht hier die ganze Zeit an und aus. Was ist das? Ja, bei mir. Komm, weißt du was? Geh einfach aus. Scheiß externe Festplatte, auf der ich nichts mehr mache. Warum hast du die da überhaupt an? Weil ich die... Weil ich die... Ich die immer anhabe. Zwei. Und die nächste Melone ist gewachsen. Billiges Essen. Melonen. Das ist ja echt billiges Essen. Ja, die heilen ja nur eins. Na gut, die Masse macht's. Hm. Jo. Egal. Ja, jetzt brauchen wir noch vier Obsidian. Wieso? Wieso? Wir müssen unbedingt Eisen farmen. Oder... Ah ne, wir haben hier einen Stack. Na gut. Dann ist es in Ordnung. Und da ist der Dörlit weg. Ich brauch dafür eine RE-Batterie, oder? Ja. So, Energy-Kondenser. Ich brauch eine RE-Batterie. Batterie brauchst du. Da, Tin. Redstone. Äh, wo haben wir's denn? Copper. Copper, 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 Copper. Copper, Copper, Copper. Copper. Wo ist mein Copper? Kopfnuss. Da, Copper-Käbel. So, so. Iron. Aha, wir haben einen Generator. Juhu. So, den haben wir schon mal. Ah, ne, warte mal falsch. Danke, Windows. Wieso? Neue Abdeck sind verfügbar. Aha. Ah, das heißt, das kommt auch heute bei mir. Gut, wir brauchen unbedingt... Gut, ich bin ja grad am Rubber-Brennen. Ich mach mal eben eine von den Turtles holen. Ich brauch die mal eben zum Excavaten. Stimmt, man kann ja mit den Turtles excavaten. Du musst halt, wie gesagt, nur aufpassen, dass halt die nicht zu tief gräbt. Wie du sie haben möchtest. Und du musst sie halt oben platzieren. Oh, die sich dann jetzt hingegraben, meine Güte. Weg. Mein Gott. Ist ja so schlimm. Ja. Meine Türte, wo bist du? Wo ist mein ganzes Copper? Meine Güte. Was veranstaltet die denn hier, die Turtle? Wo ist mein Copper? Copper? Hast du Copper? Nein. Hast du Copper? Kann doch nicht sein, dass das ganze Copper weg ist. Das hab ich doch nie aufgebraucht. Hat Copper EMC? Äh, ich glaub schon. Ja, Copper hat EMC. Gut, wir haben ganz viel Cobblestone. Wofür gibt's einen Transmutationstisch? So. Oh, super. Für vier Copper. Like a boss. Okay, da ist Lava. Like a Lava. So, Electric Ferns. Ich brauch einen Electric Circuit. Davon brauch ich ein Refined Iron. Ein Refined Iron. Haben wir ein Stück Holz. Und gut, zwei Sticks gehen auch. Alter, unser Mining Turtles, ne? Die sind echt krank. Ja. Ich brauch noch einen Iron Furnace. Hab ich das Eisen noch? Ja, hab ich. Gut. So, Iron Furnace. Redstone zweimal. Hab ich genug. Und dann halt noch den Electric Circuit. Hab ich alles. Ich hab alles gut. Zack, 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 zack. So. Zack und zack. Wir haben eine Electric Furnace. Sagen wir mal ein bisschen, ähm, anfangen Dark Matter zu produzieren. Äh, so langsam. Auf jeden Fall erstmal keine Werkzeuge aus Dark Matter machen. Wir machen uns die Fliegeringe. Man kann ja mit den Dingern fliegen. Aber auch nicht Kohle? Äh, ja. Du kannst Kohle dafür auch benutzen. Oder halt Redstone. Aber Kohle ist halt, ähm, also die benutzen eben C dafür. Okay. So, Generator. Ach komm, ich fange ja direkt gleich mit der Verkabelung an. Ist ja nur kurz. Na. Du benimmst das diese, also dieses Mal. So. Wirst du aufgeladen? Ach nee. Ich muss erst den Generator befeuern. Feuer. Feuer, Feuer. Jungen, so ein Feuerball. Jungen. Jungen. So, unser Electric Furnace steht. Schick, schick. Wir haben noch Gold, das gebraten werden muss. Tin. Und Silber. Fangen wir mal mit dem Tin an. Tin ist wichtiger. Leder. Wo steht denn der Generator? Kann ich mal aufmachen. Bin gleich wieder da. Okay. So, das. Und das. Funktioniert das? Nein, funktioniert noch nicht. Muss ich hier halt noch so anziehen. Wo ist jetzt das? Gut, mach ich noch mal ein paar Rubber. Ähm, paar. Na, Gott, bin ich blöd. Oh, super, super. Okay, so geht's auch. Gut. Backstab, Fletch. Gut, Tin ist am Brennen. Wieso hole ich überhaupt hin? Unsere Fire Potion. Wir haben einen Rubberwood. Wir brauchen einen Extractor, glaube ich, heißt das Ding, ne? Da, Extractor. Machine Block. Refined Iron. Wollen wir eben ganz kurz mit einer Drabasse hochrollen. Okay. Ich brauche einen Machine Block. Das heißt, ich brauche... Acht hiervon. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, äh. Brauche ich dafür? Ja, dafür brauche ich auch noch eins. Gut. Komm, hau da rein. Soll ich mir ein bisschen Holz dazu, weil mit einem... Hier wäre es der Extract. Da können wir aus Rubberwood... Machen wir es. Rubberwood. Hobby Schien geliked. Da, Rubberwood können wir, ich glaube, vier... Äh... Sticker Resin oder direkt Rubber raustellen. Ich glaube, so war das. Habe ich bei Con Crafter gesehen? Ja. Und lass mich. Ich mag den Typen halt. So. Gold. Was kann man eigentlich jetzt mal wirklich alles aus Gold machen? Ach, ein bisschen. Stimmt, ne Uhr. Braucht man zwar nicht, aber egal. Goldnuggets, Goldwaffen. Computer Chips. What the fuck? Ach ja, Goldgear. Den Anchor. Ach, den brauchen wir nicht. Dimensional Anchor. Ne Sichel. Ein Filter. Die Energy. Den Automated Crafting Table. Ich brauche ein... Ich will ein Project Table. Project Table. Ne Kiste, Stone und... Ne Crafting Table. Kiste, Stone. Ah, ist fertig. Gut. Aber jetzt mal. So. So. Das. Haben wir noch Stone? Braucht es Stone? Junge. Stone Bricks. Super. Brauche aber richtigen Stone. Hier. Brenne mal ein. So. Äh. Das da hatte ich ja. Den... Ich weiß, wie das Teil geht. Also Extractor. Vorhalten. Electric Fern. Netz. Von Natze. Habe ich die Copper Cables? Ja, habe ich. Wir gehen nochmal. Circuit. Refiled Iron und... Let's go. So. Den Circuit. Vier Tree Traps. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So. Und jetzt... Äh. Gut. So. 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 Und so. Wir haben einen Extractor. Auch wunderbar. Komm. Du kommst nachher unten. Kannst direkt aufgeladen werden. Gut. Das ganze Tin ist auch durch. Kann ich ja direkt mal ausprobieren, ob das mit dem Rubber funktioniert. So wie ich das bei Con Crafter gesehen habe. Scheint so. Gut. Mal gucken, was jetzt da raus wird. So. Ein Stück Stone. So. Mehr brauche ich dazu nicht. Dann Kiste. Crafting. Bench. Halt. Halt. Project Table. Kommst hier hin. Weil hier können wir schon Items drinne lagern. Und dann können wir halt zum Beispiel jetzt... Ich mach jetzt... Wann machen wir denn jetzt mal zum Beispiel hier? Halt als Beispiel eine Hose. So. Wenn ich hier jetzt craften würde, würde das Rezept zwar hier bleiben und er würde die Items von da unten nehmen. Dann kann ich halt so oft sehr viel damit craften, als so viel wie da unten halt Items drin sind. Das ist übelst praktisch. In Feed the Beast kann man dann hier noch so ein Teil reinlegen. Und dann hat man auch das da so. Ja, wir kommen direkt Rubber raus. Das ist doch schön. Und? Wir kommen zwei raus. Oder eins? Eins. Nitze. Natze. Fitze. Fitze. Ähm. Ne, 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 ne. Gut. Dich haben wir. Dich haben wir. Dich haben wir. Dich haben wir. Was bräuchten wir noch? Einen Zentrifugen. Advanced Machine Block. Äh, nö. Das ist hohe Technik. Das lasse ich lieber den Invictus machen. So. Was bräuchten wir noch? Wir haben Electric Ferns. Wir haben das einen Mace Rater. Mace Rater. Wieder Machine Block und das, das. Ich brauche wieder... Wie... Fint Iron. Habe ich das hier rein getan? Ja. Wieviel brauche ich dafür? Machine Block. Also acht. Wieder neun. Wieder neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 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 ne. Acht, neun. So. Äh. Eingang. Cave. So. Road. Peri. Macerator. Das ist wahrscheinlich schneller. Gibt's hier eigentlich auch diese Overclocker Upgrades? Funktioniert das? Tatsache, es gibt die Overclocker Upgrades. Very good. Gut. Also wieder Mace Rater. So. Haben wir dreimal Flint. 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 Hier die Flint. 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 Wir brauchen Flint. Haben wir echt kein Flint? Das haben wir... Ach, ne. Scheiße. Ich hab's ja für die... Dingsverbrauch. Für die Pfeile. Ja. Niep. Ja. Vielen Dank.